Ich schrieb die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen und stellte diesen Kurs zusammen, da ich selbst mit Ablenkungen ringe. Der Grund für meine Recherche war, dass ich eines Tages meine Beziehung zur Ablenkung überdenken musste. Ich saß eines Nachmittags mit meiner Tochter zusammen. Wir hatten einen schönen Vater-Tochter-Tag geplant. Ich weiß noch, dass wir ein Buch mit Spielen hatten, die Väter und Töchter zusammenspielen können. Eine Aktivität war ein Papierflugzeugwettbewerb. Eine weitere war das gemeinsame Lösen von Sudoku-Rätseln. Ich erinnere mich an eine Aktivität, die ich nie vergessen werde. Man sollte sich gegenseitig diese Frage stellen. Wenn du dir irgendeine Superkraft aussuchen könntest, welche hättest du gerne? Ich erinnere mich an den genauen Wortlaut der Frage, aber nicht an die Antwort meiner Tochter, weil ich es in dem Moment für sehr wichtig hielt, nur mal etwas auf meinem Telefon nachzusehen. Als ich aufschaute, hatte meine Tochter das Zimmer verlassen, um draußen mit irgendeinem Spielzeug zu spielen. Ich hatte diesen perfekten Vater-Tochter-Moment komplett ruiniert. Wenn ich ehrlich bin, passierte es nicht nur mit meiner Tochter, sondern auch bei der Arbeit. Es kam vor, dass ich an meinem Schreibtisch saß und sagte, ich werde mich nur auf dieses eine wichtige Projekt konzentrieren. Los geht's! Aber zuerst checke ich kurz meine E-Mails oder den Slack-Kanal oder den Newsfeed. Und 20, 30, 45 Minuten später tat ich noch immer nicht das, was ich eigentlich vorgehabt hatte. Es geschah auch in Bezug auf meine körperliche Gesundheit. Ich sagte, ich werde definitiv damit beginnen, mich gesund zu ernähren und zu trainieren. Aber ich tat es nicht. Und da sagte ich mir, wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, würde ich unablenkbar sein wollen. Unablenkbar zu werden bedeutet, du bist zu dir selbst so ehrlich wie zu anderen. Wir wissen alle, dass wir anderen Menschen gegenüber ehrlich sein sollen. Wir wollen unsere Familie, Freunde und Arbeitskollegen nicht belügen und auch nicht als Lügner bezeichnet werden. Doch warum belügen wir uns dann jeden Tag selbst? Wir nehmen uns vor, zu trainieren, uns gesund zu ernähren, mehr Bücher zu lesen und auf der Arbeit mehr zu leisten. Dennoch kommen wir immer wieder vom Kurs ab und stehen uns selbst im Weg. Ich erforschte die zugrunde liegende Psychologie und die Gründe für unsere Ablenkbarkeit und zog viele überraschende Schlüsse. Diese Dinger sind nicht die Ursache des Problems. Hast du gewusst, dass der griechische Philosoph Plato vor 2500 Jahren darüber sprach, wie ablenkend die Welt war? Er nannte es auf Griechisch Akrasia, die Tendenz, gegen unsere eigenen Interessen zu handeln. Vor 2500 Jahren gab es noch gar kein Internet. Das kann also nicht die Ursache des Problems sein. Ich möchte dir daher beibringen, wie man die tiefere Ursache von Ablenkungen erkennt, um sie endlich in den Griff zu bekommen, das Leben zu führen, das uns zusteht und um unablenkbar zu werden. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020